Yo Leute, was geht und willkommen zu diesem neuen Live Commentary und heute ist es ein Live Commentary der etwas spezielleren Art, denn ich habe heute 6 Perks dabei, dafür keine Waffe und versuche mir hier so ein bisschen die Waffen zu ergattern sozusagen. Also ich versuche mit den Waffen die ich aufhebe, ist da noch einer? Sniper, ja ist klar. Versuche ich die Kills zu machen. Ja, scheiße mit KSG sollte man nicht so offensiv spielen. Okay, AN. Ist ja natürlich jetzt nicht das Beste so. Ach ja, es macht schon wieder so viel Spaß heute. Geile Scheiße. Ja man, ich habe so Bock auf das Spiel. Deswegen spiele ich das auch so stundenlang im Moment. Es ist so geil. Guck mal, wieso hat der nicht getroffen? Ich habe genauso geschossen wie gerade und nee, also. Und ich zeige euch das auch einfach eiskalt, damit ihr mal seht, wie viel Spaß mir das Spiel macht. Und ja, also diesen Vorschlag hat mir ein Abonnent so in die Kommentare geschrieben und ich dachte mir, okay, das kann ich ja mal versuchen umzusetzen. Es hat gebackt und ich konnte nicht schießen. Geil. Ja und ich wollte das halt versuchen umzusetzen. Ob es klappt, ist eine andere Frage. Ob hier jemand kommt auch. Werfen wir mal das C4. Oho ho ho ho, holen wir uns so typisch hier. Ja Morgan, was geht? Alter, nice. Soll ich nicht wirklich Balliste haben? Alter, das ist der erste. No, ich bin der Logi. Ja Morgan, hallo. Warte. Jo, was geht? Alter, man. Guck dich jeden Tag, Digga. Nice, Digga. Nice, man. Sau, sau nice. Nein, Mann. Ich würde gerne gerade mehr mit dem reden. Und falls du das hier gerade siehst. Du bist übrigens halt im Live-Kommentary eventuell dabei. Echt geil. So. Haben wir doch wieder Menschen glücklich gemacht. Nein, Spaß. Aber ich versuche hier echt mein Bestes. Aber es ist halt echt schwierig zur Zeit. Und ich versuche es einfach. Ja, das war meiner. War da nicht gerade unten noch einer? Ich weiß gar nicht. Okay, ich gehe mal weiter hier lang. Ich hätte schon Bock, die irgendwie wegzusnipen jetzt gerade. So schön wegzusnacken. Wie Vortex a.k. Snacks sagen würde. So, hier war doch gerade einer im Zug. Okay, jetzt kommt der Zug. Scheiße. So, will dann... Wieso will denn hier keiner kommen, Digga? Das verwundert mich jetzt gerade. Und da ist auch keiner drin. Ey, das ist ja richtig untypisch für Express. Oh. Okay, da sind keine mehr. Weil da kommen Teammates. Wieso schießt du, Mann? Ich habe auch... Alter, habt ihr es gesehen? Meine Maus hat gebackt. Und man sollte nie rückwärts irgendwo hochrennen und dann nachladen dabei. Wow, war das ein Glück. War das ein Glück. Los, wirf. Alter, jetzt kommt da einer. Habe ich das Gefühl. Oder hier. Schade, wenn er da gekommen wäre, hätte ich ihn wenigstens auch nicht wegsnipen können. Oh, er lebt noch. Als ob er es überlebt hat. Das Feet, ey. Yo, Mann, nice. Ey, das war echt ein kranker Feet. Ich kann jetzt nur leider nicht die ganze Zeit Z drücken und mit ihm reden, deswegen... Lass ich das mal. Okay, da kommt einer. Den snipe ich jetzt aber. Wieso kommt er denn nicht? Oh, Mann, oh. Ich will snipen. Ich habe da richtig Bock drauf. Das Einzige, was mir ein bisschen Spaß bringen könnte gerade. Hallo, wo seid ihr? Hallo. 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 Hä? Na ja, ich hole mir erst mal meinen Blitzschlag. Ah, hier kommt einer. Oh, angehittet und auch gekriegt. Nice. So, jetzt holen wir uns... In den Blitzschlag haben wir zwei Blitzschläge. Nice. Mann, ich habe, glaube ich, ungefähr 100 Mal Nice gesagt. Und auf der Map ist Blitzschlag eigentlich scheiße. Also, ich glaube, ich camp mich jetzt mal so ein bisschen hier in die Ecke. Oh, auf der Map ein Tripback hier mit Blitzschlag? Ey, das versuche ich nochmal. Aber das klappt jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber... Da war einer. Shit. Kann man hier eigentlich durchsnipen? Alter. Alter, was ist das für eine geile Position, Mann. Und wenn ich jetzt hier langlaufe, sterbe ich, oder wie? Das bockt schon so mit den Waffen aufheben, so mit sechs Perks. Dann kannst du immer schön richtig schnell Waffen wechseln mit flinke Hände. Hast einfach mal so deine sechs Perks da und läuft. Oh, ich gehe jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen offensiver ran. So, das kann ja nicht sein, dass ich hier keine Kills mehr mache. Aber... Ich will snipen. Wo seid ihr? Los, ich will euch wegsnipen. Ich will euch feeden mit der Sniper. Oh, shit. Ich hab doch gerade da hingeguckt, da war keiner. Kacke. Naja, heute ist der Skorma außen vor, also der ist mir gerade komplett egal. Sniper. So, jetzt aber. Hier mit zwei Snipern. So, den ersten Sniper weggeholt. Wo lag der? Oh mein Gott. Was ist das denn für eine Position, Mann. Krank. Oh Gott, Alter. Sauna Eis, Digga. Jo. So. Das war ein 19 zu 7. Aber, ganz ehrlich, ich scheiße immer auf den Score. Einfach nur, weil ein Abonnent dabei war und ich ihn einfach so getroffen habe. Hier nochmal Grüße an dich. Und falls es euch gefallen hat, gebt wieder einen Daumen. Ich hab echt Spaß gehabt in der Runde. Eigentlich durch den Blitzschlag erst so, als ich dann die Sniper aufgenommen hab. Und ja, nochmal, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und schreibt mir auch von mir aus wieder eine Waffe in die Kommentare. Ich hab auch noch so ein paar auf Lager, die ich mal ausprobieren wollte. Und bis dahin, haut da rein. Und auf dem Namen, wie ich echt bin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020